Möchte der Xauvin was essen? Ah, ich hab was Gutes. Ja? Möchtest du was haben? Xauvin? Ich muss jetzt kauen. Die Zähne sind zwar noch nicht da, aber er kaut schon mal. Ja, die Zähne sind noch nicht da. Das funktioniert noch nicht ganz so. Aber du wirst es haben, du wirst es haben. Ich merke das schon, du wirst es auf jeden Fall haben. So, wieder rein damit. Ich helfe dir ein bisschen tiefer rein. Pass auf. Ordentlich rein damit. Ja, so. Nicht wieder rausfallen lassen. Kauen, kauen, kauen. Und dann schlucken. Nicht vergessen, das schlucken ist wichtig. So, geschluckt, ja? Es ist weg. Ja, echt. Der Xauvin ist jetzt aufgegessen. Ja, es ist weg. Echt? Ganz weg? Ja, ich würde sagen, es ist weg. Du hast es aufgegessen. Ja, ja. Und mehr gibt es nicht. War lecker, ne? So, Xauvin, dann kann ich dich zurücklegen. Ja.